Moin Moin und herzlich willkommen zum online-seminar Deutsch-Dänische Kulturlandschaften. Hi und willkommen zum Kurset um das Tysk Kulturlandschaft. In den nächsten Wochen erfahrt ihr mehr über die wechselvolle Geschichte in den beiden Regionen Schleswig-Holstein und Süd-Dänemark. In den nächsten Tagen werde ich mehr über Schleswig-Holstein und der südlich Danmark spännende Geschichte. Der Kurs ist in vierteile gegliedert, die die enge Geschichte beider Regionen, die markante Architektur in der Kulturlandschaft, die Kunst- und Kulturgeschichte, sowie das Alltagsleben in beiden Regionen schildern. Kurset er i vier dele. Vi fortäller om Regionernes Historie, Kulturlandskabets Architektur, Regionens Kunst- und Kulturhistorie og det daglige liv. Jedem kapitel ist ein interaktiver Teil zugeordnet, mit dem man das Erlernte vertiefen kann. Hvert kapitel hat ein interaktiv Teil, wo du kann fürdübe dich. Damit das Erlernte wissen nicht nur graue teori bleibt, haben wir euch Tipps für Museumsbesuche und Ausflugsziele in Schleswig-Holstein und Süd-Dänemark beigefügt. Für Kurset nicht nur ein Teori, gibt es auch Tipps für Museumsbesüge und Ausflugsmål in Schleswig-Holstein und in den südlich Danmark. God fürnöjelse, viel Spaß!